hallo ihr lieben ich habe euch wieder ein resin video rausgesucht also mit epoxy tarts und falls ihr übrigens im hintergrund die fügelchen zwitschern hört ich habe diesmal das fenster offen aufgrund dessen weil es einfach warm ist und ich so ein bisschen noch so ein bisschen die kälte vom morgen vom vormittag mit haben möchte habe ich also das fenster offen gelassen so ich habe diesmal zwei neue formen ich wollte sie mal ausprobieren und habe dann gedacht okay ich nehme euch einfach dabei wieder mit was so die neuen formen dann sagen ich fand die form an sich so von den formen also die form also eben die hamster hand wie ihr seht und auch so eine katze so eine art schädchen und ich finde ihr wirklich sehr sehr schön die form und ergebnis zeige ich euch ja dann später dann sage ich noch mal was dazu was ich denke und aber ansonsten ich habe es diesmal nicht schneller gemacht also dadurch ist komplett so wie wie es ist ich habe nur zwischendrin einmal kurz was rausgeschnitten weil ich kurz nicht am platz aber ansonsten ich habe mich für drei farben entschieden gelben blau und ein rot und ich glaube dass die farb kombi eigentlich ganz schön aussah und genau ich habe mir so ein bisschen angewöhnt das in meinen kleineren bechern jetzt aktuell zu machen ich kann euch nicht mal genau die gründe sagen für mich vielleicht einfach sollte mir die farbe nicht 100 pro gefallen oder auch so ein bisschen unterschiedliche farbtöne weil man macht ja nicht immer das gleiche pulver rein und dementsprechend macht sich das glaube ich für mich aber eben auch ganz gut und zum festhalten sowieso ich bin ich habe bisher ganz selten größere projekte gemacht bei mir sind es immer die kleineren gewesen ich habe jetzt eins noch in der pipeline und da bin ich aber noch dran was ich halt ein bisschen größer gemacht habe und mich da ein bisschen mal anders ausprobiere also lasst euch da gerne überraschen ich bin da so ein bisschen gespannt wie es wird und habe auch neue materialien wo ich dinge ausprobiere also so nach und nach kommen jetzt auch wieder ein bisschen was je nachdem wie das wetter auch mitspielt weil wenn das so unglaublich warm ist erstens weiß man nie wie das epoxid hat zum beispiel auch reagiert und einfach mir selber ist es mit handschuhen und allem drum und dran der kompletten montur einfach manchmal zu warm und dementsprechend ja ich fasse euch auch gerne noch mal zusammen auf was ihr achten müsst beim epoxid harz nämlich schon wenn ich bei der montur auf war ihr müsst handschuhe tragen ihr müsst eine maske tragen wenn ihr die zwei komponenten nämlich den das harz und den härter zusammen mischt bitte unbedingt darauf achten dass ihr wirklich gut durchgemischt habt man hat so die regelzeit so vier minuten aber eigentlich geht es um das optische nämlich dass es dann wirklich auch wieder transparent wird und dass ihr dann halt nicht so viel bläschen drin habt da ist auch jedes epoxid hat so ein bisschen anders ein bisschen bekommt ihr das auch wieder raus mit dem feuerzeug das nutze ich auch immer mal wieder ganz gerne da gehen wirklich die bläschen ein bisschen besser raus mit und dadurch genau hier seht ihr schon ich mache jetzt gerade das gelb und ich finde wie gesagt die es hat sich wirklich gut gemacht mit der form es ist auch schön nach unten geflossen ich hatte ja schon mal form da war ich ein bisschen doof und habe nicht gesehen dass die irgendwie angeklebt waren das heißt das epoxid harz ist da gar nicht rein geflossen in die kanten und musste ich also ad hoc nachbessern und aber wie gesagt hier die jetzt waren sehr gut also ich finde sie von der art her wirklich sehr sehr gut das war glaube ich jetzt doppelt gemoppelt aber ihr wisst hoffentlich was ich meine während ich gieße falls euch mein kanal gefällt ich versuche mich da ja immer an mehreren positionen auszutoben und so ein bisschen zu schauen wie funktionieren bestimmte sachen es gibt techniken die ich zum beispiel unheimlich gerne mache wemd epoxid harz ich habe auch acrylipurigen nutze ich ganz gerne wo ich viel mit arbeite dann nutze ich auch fimo knete auch sehr sehr gerne weiß halt gerne mit den händen auch dann mache und aber ich habe eben auch ganz viele andere sachen schon so grenze habe ich schon gemacht und habe makramee gemacht also dementsprechend gibt ganz viel was man was ich schon ausprobiert habe wo ich mir auch sets schon geholt habe und immer selber bezahlt gleich mal so als anmerkung ich kriege dafür kein geld ich mache es halt der sache sehr gerne ich habe jetzt auch noch eins da wo ich mich sehr darauf freue da geht es um journal oh gott also um journal leising keine ahnung ich hoffe ich habe es nicht richtig ausgesprochen das tut mir leid genau weil ich habe ja immer so mein kartenhefter und will das gerne ausprobieren werde ich da natürlich sehr gerne mitnehmen und werde euch zeigen was ich total gerne mache und werde mich da so ein bisschen ausprobieren weiß halt neu mache für mich in der art und weise die ich vorher so nicht gemacht habe und dadurch probiere ich mich da so ein bisschen aus ja also selbst bei den kanten muss ich sagen jetzt hier bei den formen ich fand es ist wirklich komplett frei wirklich reingelaufen ich musste nicht irgendwie groß mit dem stäbchen noch mal nach blubbern also diese luftblasen da rausholen und es hat sich wirklich schön gemacht muss ich mal sagen klar habe ich noch mal nachgeklopft das sollte man immer gerade bei solchen sachen ich habe auch noch mal geschaut funktioniert es ganz gut oder nicht und genau ja wie gesagt also falls euch die videos gefallen falls euch der kanal gefällt falls euch meine stimme gefällt lasst mir gerne daumen nach oben da oder kommentar sehr gerne auch oder was ich gerne ausprobieren soll oder ein abo ich freue mich sehr und danke euch da auf jeden fall sehr von herzen die schon da sind und über jeden der jetzt noch kommt genau ihr seht ich habe das jetzt mit den feuerzeug gemacht ihr seht leider nicht so gut auf dem video dass die bläschen wirklich schön weg gehen und dadurch macht sich das aber wirklich sehr sehr gut bitte aufpassen macht euch damit nicht die silikonform kaputt wenn ihr zu lange mit dem feuer da dran bleibt ja das auspacken ich musste ein bisschen den anfang suchen aber ansonsten gegen auch das auspacken sonst sehr sehr gut ich habe mich ein bisschen doof angestellt weil irgendwie meine fingernägel die sind aktuell eine vollkatastrophe und aber das wird dann auch hoffentlich schnell wieder besser ich kümmere mich da gerade so ein bisschen um meine fingernägel weil die sind nicht schön aktuell aber ich hoffe bis zur hochzeit meiner freundin wird das wieder ein bisschen hübscher dass die ein bisschen angenehmer aussehen aber ansonsten hier kommt das tolle ergebnis ich muss sagen dass die farben nicht so schön rüberkommen ich finde auch dass der glanz nicht so schön rüberkommt wie es mir gerne gewünscht hätte und aber ansonsten die form selbst finde ich unheimlich schön ich bin ja ein fan von dieser hamse hand ich habe ohrringe als hamse hand ich habe eine kette als hamse hand und eben auch die form als hamse und also dadurch ja und durch meine freundin und auch die eltern der freundin habe ich ja oder eben auch durch die meine freundin die trainerin wo ich sport mache habe ich den fabel für katzen entdeckt und habe also dementsprechend mir auch eine katzenform geholt aber wer mich kennt bei mir stehen die meerschweinchen übrigens noch an erster stelle auch die elefanten stehen unheimlich weit vorne also die katzen kommen näher aber die anderen sind noch weiter vorne genau also hier die katze ist auch wie gesagt der glanz kommt nicht so schön rüber ich werde es auch noch mal mit anderen farben probieren und da nehme ich euch selbstverständlich wieder mit und lasse euch trannteier haben ansonsten wünsche ich euch einen schönen sonntag bis dann tschüss bis dann